Was spielen? Was? Im anderen müssen wir uns das Licht locken. Wie, er ist doch am Mondlicht. Ich dachte, das Mondlicht. Das Mondlicht und So ein Taschner benutzen oder was? Das Feuer und das Licht. Anderen können wir auch. Bitte, nicht töten mich! Ich weiß über dich. Ich weiß, dass du hier drin bist. Ich kann mir wahrscheinlich anleuchten. Okay. Sehr gut, die nehmen wir jetzt hier hinten stehen. Ich komme es mir nicht zu nahe. Ich glaube, wir müssen hier auch angreifen, damit sie mal... Ich kann es nicht mehr aufhören und existieren. Dann wird es schwierig. Wenn die beiden angreifen. Ich kann es nicht mehr aufhören. Ich kann es nicht mehr aufhören. Ich kann es nicht mehr aufhören. Das könnte blöd sein. Das könnte blöd sein. Mist! Wie werden wir die denn los? Wir müssen uns einfach nur einen Weg frei geschaufen? Wir müssen noch zu irgendwohin oder... Die Kampftaktik habe ich jetzt kapiert, aber... Ist es irgendein Punkt, wo wir hin müssen oder... Ist es jetzt einfach allgemein erstmal ausschalten? Das sieht irgendwie aus, oder? Das sieht irgendwie aus, oder? Ich glaube, ich bin ja relativ schutzlos. Genau deswegen. Äh, die Ecke war schon eine gute Sache. Ich wollte eigentlich vor einer halben Stunde aufhören. Aber gut. Da stand dann von die Fackel. Ist irgendwo hier in der End? Ich will meinen Sonnen finden. Ich kann dich sprechen. Ich verstehe mich? Ich verstehe mich? Bitte, nicht töten mich! Ich weiß über dich. Ich weiß, dass du hier befestigt bist. Okay. Sind wir draußen? Ich muss den einfach nur fernhalten dann... Ec mind Hans fläsk erharen, sem sari mir. der ausgänger finden und werden fernhalten sie müssen wir hin und auch nicht wo muss denn überhaupt hin Ich kann eine von den Tür öffnen. Öffne die Tür. Also? Ich kann dich nicht weg von hier raus. Ich will nur zurück sein. Okay. Das ist es? Wie weiß ich, dass du mich einfach nicht zerstörst? Nein. Aber du hast auch eine Menge Möglichkeiten. Wenn du möchtest, um hier zu bleiben, wir können nicht sterben. Also, wir werden dich zuerst sehen. Neben dem, wir verstehen, dass du irgendwo bist, wo du bist. Du kannst dich entscheiden. Okay. Aber wenn du einen von euch näherst, dann werde ich diese Tür öffnen. Und Glückwunsch mit dieser Tür öffnen. Okay. Öffnen die Tür. Ich danke dir, kleine Tür. Wir wollen uns nicht. Wir wollen uns nicht weg. Mach doch... ... Ach, that's ... ... ... ... ... ... ... ... Jetzt. Also nochmal von vorn. Ich habe vertraut, dass ich schnell rennen kann. Jetzt weiß ich, wo ich hinfliehen muss. Ach, nie nochmal die ganze Dialogs-Sache hier. Und jetzt müssen wir uns verteidigen. Oh, thanks to you, Rekord-Kritte. Blödi, bei deinem Gleis. Süßlich. Oh, werbe, exkübe, im Blumen des Ongene. Hey, no, you... Dreck! Dreck, das kann nicht bessern. Na, komm noch einmal. Jetzt kriegen wir hin. Oh, erst kommt der Feuerfuchs. Ah, der Feuerwolf. Sehr gut. Wir haben ein Verwaltung. Die Tür öffnet die Tür hinter dir. Geh und öffn's. Wir bleiben hier. Dann kannst du weg. Hier ein bisschen Vorsprung gewinnen. Was denn? Wie? Ich mach doch schon. Wie kann ich den sonst besiegen? Und wenn ich mit der Falke schwenke, schwenkt die doch schon. Die Tür öffnet die Tür hinter dir. Geh und öffn's. Wir bleiben hier. Dann kannst du weg. Okay. Ein bisschen Vorsprung brauch ich aber. Hey! Nein! Du hast es gegründet. Nein! Wer wird zuerst? Lord of Stargahara. Stolz. und rennen Stück für Stück Wie denn? Ok Geschafft Nicht wirklich, oder? Meine Fresse Wir könnten schon fast fertig sein Wir müssen früh stehen bleiben, sonst ist das mit dem... Die erste Taktik war schon gut, aber da brauchen wir... Wir müssen Stück für Stück Stück für Stück Nur die Ruhr Es will ein bisschen dauern hier Geht und öffnen es Wir bleiben hier Dann... Wir bleiben hier Wir bleiben doch Wir bleiben doch... Nein, eh nicht hier Ein bisschen Vorsprung Glück Als ob denn das hier ist doch... Ich glaube dreimal schwenken ist die gute Sache Es ist... Kann man Glück haben oder nicht? Ich glaube das ist meine Taschenlampe So... Erhalten und... Agreement Ich muss halt auch noch Abendbrot essen Es muss doch reichen Das ist die Etwas Ich kann nicht Die Taschlampe Nicht reagiert Ich kotze zum Strahlen Whoa Es ist das einzige was drücken muss Das Die Taschenlampe Und die E drücken Wenn's gut Gehen und mit's öperst Wir bleiben hier Dann możst du weg Der rennt zu schnell, ich muss mich immer weiter hinten, aber zu weit hinten dann auch nicht, weil dann sprintet er los und dann muss den perfekten punkt finden, wenn sie dann erst mehr weggejagt sind, rennen, man hört sie auch nicht, wenn sie kommen, weiter, 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 okay, sie kommen schon, das ist blöd, ich habe es verkackt, ich habe es verkackt, ich habe es verkackt, ich habe es verkackt, ich warte einfach an der Tür dort, dann sehe ich sie kommen, holy fuck, ist das ein Endlos, ich habe das letzte mal gestanden, der Ende wird von meiner Taschennappe sowieso abgelenkt und er muss mich kümmern, so, geh weg und jetzt umdrehen und weiter, zwei mauern und umdrehen, zwei Säulen meinte ich natürlich, den haben wir gleich, und jetzt weiter, und jetzt weiter, der Weg wird immer weiter, und den Graunwolf brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, okay, noch einmal, was ist mit dir, das ist ein Bug, ich komme da nicht durch, verdammter Bug, wir kommen nicht durchs Dunkel durch, ich habe das gesehen, ich komme da nicht durch, es wird schwarz und dann verschwinde ich, ich zeig es euch nochmal, aber, ich würde es langsam mal beenden, tut mir leid für das nicht Happy End, ich zeig es euch gleich nochmal, wie das aussieht, wenn es Happy End ist, einen Versuch mache ich noch, ihr seht den Bug, ich laufe ins Schwarze und, vorbei ist es, ich hätte es gerne noch zu Ende gespielt, da war ich zu blöd, aber das wird ja nichts mehr, ich fall dann dort hinten schwarz, und das wird ja nichts mehr,